Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Laren und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um dieses kleine schicke Othug Mount. Und das schimpft sich einmal überlassener Othug Vorhut oder überlassene Othug Vorhut. Und dafür müssen wir ein Achievement abschließen. Das finden wir einmal unter Kunden und Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg Kampf Club. Und für dieses gibt es dann dementsprechend direkt das Mount. Dafür müssen wir insgesamt elf Achievements abschließen. Und diese elf Achievements spielen sich hier in Tadrassus ab. Beziehungsweise gehen quasi um eine Fraktion. Und zwar weil Drachen abkommen. Und ich muss sagen, schauen wir uns die einzelnen Achievements mal an. Bevor wir jetzt mit den Achievements loslegen, noch eine kleine Info am Rande. Das Ganze soll nur ein grober Überblick über die Erfolge sein. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Erfolgen braucht, dann habe ich zu diesen allen schon ein extra Video jeweils gemacht, wo man ein bisschen mehr ins Detail geht. Das Ganze werde ich euch verlinken. Da könnt ihr reingucken. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich mit den Achievements an. Als erstes haben wir jetzt hier Belagerung der Drachenflugfestung. Und ja, das ist eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach hier das Event spielen bei der Drachenflugfestung. Da habt ihr auch einen Timer dran, wann das Event beginnt. Und dann müsst ihr es halt einfach einnehmen. Und es endet, dass ihr hinten quasi den Boss tötet. Dann das zweite Chief ist hier Belagerung der Drachenflugfestung. Und dafür müssen wir drei Darajin-Tafeln finden. Und die liegen einfach alle auch in dem Bereich da untenrum an der Festung. Auch dafür habe ich ein Video erstellt, falls ihr die nicht findet. Dann haben wir hier Obsidian-Schlüsselmeister. Und dafür müssen wir 30 Obsidian-Schlüssel an Personen um die Obsidian-Zitadelle abgeben. Und ja, die Obsidian-Zitadelle ist hier ein bisschen über der Drachenflugfestung. Das ist hier oben. Da könnt ihr euch zwischen Sebalian und Furion entscheiden. Und dann gibt es auch noch ein paar andere NPCs, die die Schlüssel annehmen. Die Schlüssel könnt ihr bauen aus zwei Komponenten, die aber von den kompletten Mobs hier droppen. Also einfach Mobs grinden und dann die Schlüssel abgeben. Dann haben wir als nächstes Bitteschön-Welpe. Und dafür müssen wir alle möglichen Quests an dem Spot Krippe Kleinschuppe absolvieren. Und das ist quasi hier Krippe Kleinschuppe. Ihr müsstet mit eurem Char einen kleinen Welpen bei euch rumfliegen haben, der euch die erste Quest gibt, da hinzugehen. Und dann gibt es jeden Tag oder alle paar Tage hier neue Quests zu absolvieren. Und wenn ihr die komplette Questreihe durch habt, habt ihr halt das Achievement. Mehr ist das tatsächlich nicht. Als nächstes haben wir Hey-Welpen-Betreuung. Und dafür müssen wir fünf frisch geschlüpfte Welpen quasi versorgen. Und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, war das so, dass man, wenn man diese Questreihe langgespielt hat, dass man immer ein neues Ei bekommen hat und quasi immer mehr von den Welpen hier an der Krippe Kleinschuppen bekommt. Dementsprechend, wenn ihr die Questreihe macht, müsst ihr das Achievement hier auch mitbekommen. Das nächste ist dann wieder relativ basic. Und zwar haben wir einmal Schätze von Taldrassus. Und das sind insgesamt sechs Schätze, die ihr finden müsst in Taldrassus. Da kann ich euch Handynotes empfehlen oder ihr schaut meinen Videoguide. Da bin ich die Dinger auch einmal abgeflogen. Dann haben wir hier oben das Achievement Belagerung der Drachenflugfestung Snackangriff. Und dafür müssen wir in der ersten Phase von dem Szenario Belagerung der Drachenflugfestung quasi 20 Snacks an Böff verfüttern. Und Böff ist so ein, ja, so ein Frosch, mit dem ihr am Anfang hier mitlaufen könnt. Also man startet hier oben, dann läuft man hier so lang und dann könnt ihr so Sachen anklicken und ihn verfüttern. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Viecher waren, aber irgendwas konnte man dann quasi ihm hinschmeißen. Und das könnt ihr aber auch in verschiedensten, quasi in verschiedensten Tries angehen. Also ihr müsst da nicht in einem Try quasi 20 machen, sondern ihr könnt halt jedes Mal 1, 2, 3 mitnehmen und das Ding halt öfter spielen. Dann haben wir als nächstes doppeltes Spiel. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall gewinnen und diese Obsidian-Schlüssel an jede dieser Personen geben. Und das sind halt Sebalian, Furorion, Schmiedemeister und Igis. Und das sind halt die vier Mobs, wo ihr die Schlüssel abgeben könnt. In der Drachenflugfestung ist es so, dass ich meine Furorion stand hier unten, Sebalian stand hier oben. Dann haben wir den Schmiedemeister, der steht hier hinten und irgendwo, ich meine hier oben steht Igis oder wie der heißt. Und die Schlüssel kriegt er, indem er die Mobs umhaut und zwei Komponenten zusammenfügt. Also mehr ist das tatsächlich nicht. Dann haben wir noch Obsidian-Champion und dafür müssen wir vier besondere Begegnungen abschließen. Das sind einfach Rares bzw. Rare Events, auch hier unten an der Obsidian-Zitadelle. Da könnt ihr auch das bei Handynotes ganz gut sehen mit den Totenköpfen. Dann haben wir hier noch Krippenkarambolage und dafür müssen wir an allen vier Rennen teilnehmen. Und die Rennen, die starten bei der Krippe Kleinschuppe immer hier, bei dem Kollegen war das glaube ich. Genau, dann kann man die Rennen starten. Da fliegt man immer einen von den fünf Welpen, die man ja ausgebrütet hat über die Quest. Also ihr müsst quasi die Questreihe machen, die Welpen ausbrüten und dann kriegt ihr erst diese Rennen. Und ihr kriegt dann immer besondere Fähigkeiten. Für das Achievement müsst ihr quasi nur einmal teilnehmen und nicht besonders gut sein bei den Rennen. Gut, und dann haben wir das letzte Achievement und zwar Abenteurer von Taldrassos. Und das ist wieder eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach zehn von den unten aufgelisteten besonderen Begegnungen, also von den Rares, umboxen. Und da sind es auch wieder um einiges mehr, als es im Achievement gibt. Also ihr müsst halt nur zehn killen und es gibt halt um einiges mehr so rum. Beauty, dann sind wir mit den ganzen Achievements durch. Und ja, mehr müsst ihr tatsächlich nicht machen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.